Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ole Rot-Weiß, so lauft die Geschichte mit mir, Marvin, und wie immer mit dem Nico. Servus. Servus, Marvin. Der Nico hat schon vor der Aufnahme gesagt, er hat viel auf dem Zettel stehen, deswegen sage ich mal, fangen wir direkt an, Nico. Was ist passiert, was steht ganz oben auf deinem Zettel? Also ganz oben, weil es auch, glaube ich, so das polarisierendste Thema ist, ist das neue Heimtrikot. Also, das wurde ja schon vor knapp einer Woche, glaube ich, wurde das bei Twitter und so geleakt, da habe ich schon gedacht, weiß nicht. Und jetzt hat es der FCK ja nochmal offiziell vorgestellt und, boah, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ich glaube, wenn ich es in echt sehe, wie es jemand trägt, dann ist es, glaube ich, dann doch nochmal cooler oder vielleicht auch schöner, wie ich es jetzt auf den Bildern finde. Weil ich muss sagen, ich finde es halt wirklich bodenlos langweilig. Es ist kein hässliches Trikot, aber es ist halt nichts Besonderes. Auf jeden Fall. Also, wenn ich mir da mal irgendwie, ich glaube, Freiburg hat ein relativ wildes Trikot oder so. Wenn ich mir so vor einem angucke, da ist es wirklich so, also es ist das Gefühl, da nur das Logo, Sponsor draufgeklatscht und es wurde Liga irgendwie auf dem Arm. Und das war es so. Also, es ist wirklich sehr, sehr einfach und schlicht. Der eine oder andere mag das, der eine oder andere mag auch ein bisschen, was ausgefallen ist. Aber ich sage mal, das ist jetzt nichts, wo du sagst, boah, da ist man mal neue Wege gegangen. Das ist einfach so ein Standard-Nike-Ding und einfach halt die Sachen draufgeklatscht, finde ich so ein bisschen. Also, ich finde es auch für ein Trikot, dieses rot-orange, was die anhatten bei diesem Fanspiel, das fand ich echt geil. Aber mich ärgert es halt, dass, wie du es sagst, dass wir halt nur Stangenware bekommen. Aber da muss ich auch halt auch sagen, ich habe keine Ahnung, wie viel Nike bezahlt. Ob die so gut bezahlen, dass wir sagen, ey, da gibt es uns irgendein Trikot. Hauptsache, wir haben ein Trikot an. Oder ob die wirklich, in Anführungszeichen, keine gute Arbeit machen. Ich kenne mich da halt einfach null aus. Aber ich hätte schon gern irgendwie mal so ein komplett individuelles Trikot. Aber ich glaube, da sind wir halt noch nicht groß genug oder es passt halt dem Ausstatter nicht. Aber so viel ich weiß, ist jetzt auch das letzte Jahr mit Nike als Ausstatter angebrochen. Keine Ahnung, ob da nochmal verlängert wird. Das wird ja auch viel dann geschrieben. Zum Beispiel, Jeremy hat auch geschrieben, zum Glück ist es nur noch ein Jahr Nike drauf. Da bin ich auch mal gespannt, was wir bekommen. Ich habe auch drunter geschrieben, ich bin eigentlich ein relativ großer Nike-Fanboy in Anführungszeichen. Also ich brauche nicht alles von Nike. Aber beim Sport bin ich doch schon sehr, sehr Nike-enthusiastisch. Ich bin halt mal gespannt, was die Option wäre oder was sind die Alternative. Ob man jetzt zu einem anderen Ausstatter geht. Nur weil er mehr Geld bezahlt, aber wir trotzdem noch, sage ich mal, in einem Katalog da drauf zeigen. Und da wird dann wieder nur Logo und Schriftzug oder sowas drauf gemacht. Ich meine, hat man mal einen Schriftzug auch im Nacken wieder. Die Nummern finde ich einigermaßen schön. Also das ist so ein bisschen das Peppigere an dem ganzen Ding. Aber wie du sagst, es ist wirklich so Stangenware. Da ist halt wirklich die Frage oder gut, da haben wir wahrscheinlich jetzt auch keine einfachen Verkaufszahlen vorliegen. Wie viel verkauft man da? Kann man sich überhaupt beispielsweise mit Freiburg oder sowas vergleichen, die halt schon, sage ich mal, ihre Designs wahrscheinlich selber gestalten dürfen oder sowas? Das müsste man halt irgendwie mal wissen, um da wirklich zu sagen, okay, warum macht man es dann nicht? Aber ja, ist halt leider wieder so ein bisschen 0815 ist nicht irgendwie mal was ausgefallen. Gut, man hatte ja mit dem Meisterschaftsshirt vielleicht mal ein bisschen was ausgefallen, wo die 25 unten drauf sind. Aber warum man das dann nicht irgendwie bei einem... Ja, es war aber mal was anderes, sage ich mal so. Das stimmt, ja. Aber warum man das dann bei einem Haupttrikot, sage ich mal, nicht irgendwie hinbekommt, was anderes umzusetzen, da fehlen mir persönlich zumindest die Hintergrundinformationen, um da was sagen zu können. Ja, bin ich voll bei dir, weil da wird auch bei Twitter oder so, hätte ich nie gedacht, dass ich bei Twitter mal so aktiv bin. Aber da wird auch teilweise wieder, ja, das ist doch bodenlos und es ist jedes Mal langweilig. Und da denke ich mir auch, ja, schon. Aber wir kennen die Infos nicht. Wir wissen nicht, was da im Hintergrund abläuft. Wie gesagt, wie gut die bezahlen, ob der FCK selbst sagt, ey, die Trikots gehen sowieso so gut weg, macht einfach irgendwas. Also ich habe auch wieder bei Twitter im Bild gesehen, dass jemand schon bei einem Trikot kaufen wollte und irgendwie Nummer 5000 in der Warteschlange war. Also dann war das Trikot dann doch schon relativ begehrt, wie jedes Jahr. Da klatscht sich dann wieder jeder ein Beut hinten drauf und dann kauft er sich das neue Heimtrikot. Ja, ja. Also keine Ahnung, wie das abläuft. Ob der FCK hat gesagt, ey, macht einfach irgendwas, ob Neiprobleme macht, keine Ahnung. Wenn man den Hintergrund wüsste, könnte man es dann besser beurteilen. Aber gut, wahrscheinlich ist es wieder so, ich habe auch beim letzten Heimtrikot sehr lange gesagt, das gefällt mir nicht. Das ist halt einfach nur rot, ja. Aber ich finde es halt so ein bisschen, irgendwas fehlt halt immer. Und vielleicht ist es bei dem Trikot dann auch, dass ich das mit jedem Heimspiel dann, wenn ich das öfter sehe, dass ich mir dann denke, okay, es ist doch gar nicht so schlecht. Das stimmt. Ja, also ich habe auch, ich weiß gar nicht, also später auf jeden Fall nach, mal in den Shop geguckt. Ich glaube irgendwie nachmittags oder abends und bin dann so auf den Shop gegangen. Und dann auf einmal komme ich in eine Warteschleife. Und dann sage ich, komm ich jetzt abends. Also ich war nicht mal, ich sage mal, 12 Uhr kam es raus und ich war um 12.15 Uhr drin, sondern es war, keine Ahnung, 5, 6, 7 oder so abends. Ich dachte, was geht jetzt ab? Also dass da halt immer noch eine Warteschlange, vielleicht war es auch einfach nur, ich bin dann trotzdem relativ schnell reingekommen. Einfach nur noch aus Vorsicht an dem Tag. Da habe ich mir auch gedacht, bei einem Trikot eine Warteschlange, also scheinbar muss ja der Anklang trotzdem relativ groß da gewesen sein. Und ja, wie du sagst, es sind nur verschiedene Rottöne. Wo ich dann halt nochmal gespannt bin, ist bei den anderen beiden Trikots, also Alternativ- und Auswärtstrikot, was man da dann geht. Weil da wurde ja auch schon einiges geschrieben, ob es wirklich komplett schwarz ist, ob blau wirklich komplett rausfällt. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube, so ein richtig schwarzes kann auch sehr, sehr geil aussehen. Für den Sommer vielleicht jetzt eher nix, weil da drin gehst du kaputt auf jeden Fall, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber so ein ganz weißes, vielleicht mit roten Akzenten oder schwarzen Akzenten, wie beim letzten Trikot, ich glaube, das kann auch ziemlich gut aussehen. Ob man da dann halt auch wieder nur so andere Akzente von Farben hat oder ob man beispielsweise beim Schwarzen wirklich komplett schwarz dann macht, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ja, vielleicht wird es ein Geburtstagsgeschenk, mal schauen. Ja, die werden ja nächste Woche vorgestellt beim Spiel gegen Norwich und stellen sie ja alle vor. Aber wie du sagst, da gab es ja auch schon wieder Bilder, okay, wir haben dieselbe Kollektion wie Kickers offenbar und da wird unser Trikot auch so aussehen, bis auf dann ein paar Änderungen. Mal schauen. Also, wie gesagt, es sind keine hässlichen Trikots. Also, ich erinnere mich schon, es ist schon lange her, dass wir wirklich hässliche Trikots hatten, so, keine Ahnung, wahrscheinlich noch in den 90ern, diese ganz bunten und sowas. Aber es ist halt Geschmackssache. Jetzt erinnere mich so ein bisschen an das Drittliga-Trikot, weil wir da ja auch die weißen Ärmel hatten, den weißen Schulterbereich. Und jetzt ist es einfach nur so Bordeaux-rot, so Weinrot. Ja, gut, aber was ich halt auch wieder krass finde, aber es ist halt auch normal, es ist halt schon eh und je so, bei Nike oder bei 11 Teamsport kriegst du das T-Shirt oder das Trikot für 20 Euro und beim FCK kostet es halt, weil es ein Trikot ist mit zwei Beflockungen, kostet es halt wieder 80, 90 Euro. Aber gut, es ist halt normal, ne? Leider ist es wirklich normal in der Fußballwelt irgendwo, aber da habe ich auch letztens irgendwas gelesen, so, stelle dir mal vor, das muss jetzt irgendwie eine vierköpfige Familie so bezahlen. Ja, ja. Der Mittlervater, der Mutter, äh, der Mutter, die Mutter, zwei Kinder, gut, Kinder kosten ein bisschen weniger, wenn du beflocken willst, kostet es trotzdem so an die 80 Euro. Wenn du Erwachsenen-Shirts betrunken willst oder beflocken willst, bist du an die 100 Euro. Das ist halt auch irgendwo nicht mehr so wirklich tragbar, so, und das letzte Mal haben wir auch schon drüber gesprochen, wegen den Tickets für eine Familie, so. Da musst du irgendwo gucken, wie bleibt man da drin, dass das natürlich bei jedem Verein so ist, ist klar, so, ne? Das ist ja nicht mehr bei Lautern so, aber das finde ich auch nochmal eine spannende Ansicht, dass man da irgendwie sagt, gut, also das, vor allem, da ist es ja noch viel deutlicher und viel krasser, als wenn du jetzt irgendwie ein Bayern-Trikot warst, was die, sag ich mal, sich anfängen lassen können. Aber das ist ja wirklich Skangenware und da sind nur drei, vier Sachen drauf gekloppt und du musst für den Flock zum Beispiel stellen, weil du solltest du das 2. Liga-Batch auf dem Arm nochmal extra bezahlen. Das ist halt sowas, wo ich sage, also wenn es irgendwie wirklich selbst designt wäre, wirklich, da sind Produktionskosten dahinter nochmal, die enorm sind, aber das geht wahrscheinlich in eine Maschine, das wird draufgekloppt, gebügelt und fertig ist. So, schwierig. Also, wie du sagst, so, die Bayern, vor allem auch Leipzig und PSG, da gucke ich immer so ein bisschen neidisch drauf, weil die halt echt komplett individuelle Sachen haben. Da denke ich mir immer, oh, das wäre schon geil beim FCK, aber das sind halt nochmal Weltenunterschied, ne? Also, gut, Bayern und Lautern, das war mal auf Augenhöhe vielleicht mal ein Moment, aber... Das stimmt, das stimmt. Ja, abwarten. Also, ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn es die Spieler tragen, wenn ein Fan vor mir steht, dann ist es vielleicht nochmal ein anderes Bild, aber aktuell finde ich es halt leider langweilig. Ja, muss man einfach so sagen, es ist leider sehr, sehr stupide. So, nächstes Thema, was ja auch, was mich überrascht hat, waren neue Drehkreuze tatsächlich jetzt für, habe ich jetzt gelesen, 200.000 Euro, was schon wahnsinnig viel Geld ist und ich habe auch erst gedacht, wie so 200.000 Euro für die, wie viel sind das, 50 Drehkreuze oder so, wenn überhaupt, aber ich denke, das umfasst halt alles, mit Technik und sowas und Montur, keine Ahnung und da kommst du halt, ja, scheinbar schon auf 200.000 Euro, das ist schon der Wahnsinn. Ja, ich denke auch, dass wahrscheinlich die Programmierung und so alles, dass es dann wahrscheinlich einheitlich ist, mit dem ganzen E-Ticket-System, dass das verknüpft ist, vielleicht musst du auch nochmal was umprogrammieren lassen oder so für den Stadionbetrieb. Also ich glaube, das ist schon natürlich eine Stange Geld, wenn man bedenkt, dass für 200.000 man auch wahrscheinlich einen neuen Spieler hätte verpflichten können für das Geld. Das ist auf jeden Fall gut, aber da merkt man halt natürlich auch wieder, man investiert in das Umfeld, den Verein, die Struktur und das ist, glaube ich, auch mal bitter nötig gewesen, wenn ich so an letzte Saison denke, wo man da stellenweise wirklich Stunden gebraucht hat. Also ich glaube, ich habe eine Stunde gegen Fürth oder so war das gebraucht, um vor dem Stadion ins Stadion zu kommen. Und wenn man da jetzt wirklich, das war ja gerade so, auf der Süd so ein Thema, wenn man das jetzt positiv angegangen ist und wirklich auch sinnvoll diese 200.000 Euro investiert hat, dass es gut investiertes Geld ist, wenn die Leute dadurch halt ein besseres Stadionerlebnis haben. Und das zeigt ja auch, dass der FCK quasi da zuhört und das ja auch wirklich dann selbst erkannt hat, das Problem und nicht nur sagt, ja, ja, wir ändern was und wir ändern nichts, aber da siehst du halt auch, wie tiefliegend das Problem war, dass es halt nicht behoben wird damit, wir stellen noch zwei Ordner hin oder so, sondern dass die Drehkreuze, also habe ich auch gelesen, teilweise aus den 90ern waren. Das heißt, das Ding ist jetzt 30 Jahre alt und da ist es halt klar, dass du das halt irgendwann zwischen den Saisons machen musst und ich bin mal gespannt, da wird es wahrscheinlich auch am Anfang wieder Probleme geben, aber gut, dann lieber die neueste Technologie oder irgendwas Aktuelleres als die Dinge aus den 90ern. Definitiv, also wenn es wirklich aus den 90ern ist, dann war es wirklich schon Zeit, das Geld zu investieren, aber gut, vorher, wann hattest du das Geld? Das war ja gefühlt. Ja, das ist ja auch wieder ein gutes Zeichen, dass wir dann, wie du sagst, die 200.000 Euro, die wir auch für was anderes hätten ausgeben können, in die Hand nehmen und zu sagen, ey, wir müssten im Stadion nachrüsten, weil das Geld, das hatten wir die letzten Jahre ja gar nicht, da ging es ja immer nur um Sparen, Sparen, dass du jetzt sagst, ey, wir nehmen mal 200.000 Euro in die Hand und machen die Drehkreuze neu, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Definitiv, das lässt auch auf weitere Investitionen hoffen, auf jeden Fall. Eine weitere Investition, haha, war der Rasen. Ja, ich habe mir das schon gedacht, aber ich wollte nicht so drauf anspielen, aber vielleicht, stimmt, ja. Also wenn ich mir den alten mal angeguckt habe, da bei einem Poster, also da habe ich mir schon gedacht, ob ich bei mir im Ort auf dem Rasen spiele, es war schon ein wildes Ding. 2021 wurde der letzte, also davor dann der letzte verlegt, wo ich mir denke, ey, stell das mir auch wieder bei den Bayern oder so vor. Aber die halten, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Da ist wahrscheinlich der Trainingsplatz öfter neu gemacht worden als bei uns, der Rasen im Stadion. War jetzt auch wieder niedrigstelliger, niedriger sechsstelliger Bereich, wo wir jetzt anscheinend bezahlt haben für, ich weiß nicht, ob es nur der Rasen für im Stadion war. Es wurden ja alle Rasen erneuert, auch von den Trainingsplätzen um Platz vier. Aber da bist du auch wahrscheinlich insgesamt dann mit dem Drehkreuz und bei fast einer Million oder so wahrscheinlich oder an die Million. Und das musst du halt auch erstmal in die Hand nehmen. Aber gerade die Drehkreuze sind halt wirklich dann eine Investition für die Zukunft. Und der Rasen, mal gucken, wie lange der hält. Ich weiß nicht, wie lange so ein Rasen, wenn der gut gepflegt ist, hält. Der letzte war ja schon irgendwie so teilweise ein Acker. Ja, ja gut, du musst halt bedenken, bei so einem Rasen, bei den Drehkreuzen eher weniger, aber bei den Rasen halt hast du nicht nur die Verlegungskosten, sondern du musst ihn ja auch bewässern. Es gibt Greenkeeper und so weiter und so fort, der hat ja auch fortlaufende Kosten. Ich denke mal, die Drehkreuze müssen auch das ein oder andere Mal vielleicht gewartet oder ein Software-Update gemacht werden. Aber ich glaube, wenn das wirklich alles so passt, wie es gemacht wurde und man nicht jetzt merkt, der Rasen verwechst sich nicht, es ist ein Seifenplatz gefühlt, dann hast du da wirklich, da merkst du auch wirklich, man erholt sich jetzt auch wieder so. Man guckt nicht nur auf den Kader, sondern man guckt jetzt auch, Stadion-Einlass, Rasen, dass wirklich so wieder was gemacht wird. Ich denke auch gerade, wo wir jetzt auch die letzten Wochen, Monate schon drüber gesprochen haben, ist auch bitter nötig, dass man mal in der Infrastruktur und sowas investiert. Ja, und gerade, ich habe eine Doku gesehen von, das war, wo wir das zweite Mal abgestiegen sind aus der Bundesliga, der Rasen dort, also sowas habe ich schon nie gesehen, das war wirklich, da war kein Rasen mehr, das war nur noch Erde und nur noch so Erdhäufchen. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, ich glaube, so ein Rasen zum gut Fußballspielen ist dann doch gar nicht so unwichtig. Und vielleicht, wer weiß, also vielleicht war das dann auch nochmal ein Fingerzeig in die Richtung, dass wir weggehen vom nur einen hohen Ball auf Beuth spielen, sondern dass wir vielleicht jetzt versuchen mit einem neuen Rasen und neuen Spielern, ha, nochmal eine Brücke, weil Tobias Raschl und ich glaube Richmond Tetschi oder Tatschi, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, er hat es gesagt, aber ich habe es vergessen, die sind seit der letzten, Tetschi, ne? Ja, ich glaube es auch. Seit der letzten Aufnahme sind die jetzt dazugekommen. Ganz genau, ja. Also gerade bei Tobias Raschl hoffe ich schon irgendwo sehr viel, weil, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt hat, also gerade FIFA-Spieler oder so, kennt man den ja, er war immer so ein Talent in Dortmund. Und dann irgendwann ist er ja nach Fürth gegangen, ich glaube, da haben die auch noch Bundesliga gespielt, ist mit denen ja dann auch abgestiegen und war eigentlich, wenn ich mich daran erinnere, eigentlich immer relativ Stammspieler so. Und ich habe jetzt auch gelesen, vor dem Transfer hat man, oder hat der Trainer Alexander Zorniger gesagt, dass er immer den Ball so ein bisschen verschleppen würde. Die Pässe nicht so sind für das Spiel, wie er sich das vorstellt. Und ich denke mal, gerade bei unserem System hätte er wahrscheinlich noch mehr Freiheiten in der spielerischen Art und Weise, weil, na gut, wir hatten jetzt die letzten Spiele mit Marlon Ritter so gefühlt den einzigen Kreativen so ein bisschen auf dem Platz, weil ja Philipp Klement, ohne was aufzubohren, aber ja nicht immer so gespielt hat. Also denke ich mal, dass er da uns auf jeden Fall weiterhelfen kann. Und Richmond Tatschi macht uns vorne einfach variabler. Eben. Und verschiedenste Formationen jetzt spielen, mit einem Spieler, mit zwei Spielern. Du lässt Beuth ein bisschen vor Tatschi spielen, lässt ihn so ein bisschen als hängende Spitze irgendwie agieren zwischen den Ketten. Also ich glaube, mit den zwei haben wir Fußballer, die uns in dem Thema Ballbesitz, Variabilität und Torgefährlichkeit auf jeden Fall weiterhelfen. Weil ich denke, wenn Tobias Raschl sich wirklich so potenziell entwickelt, wie er es könnte oder wie es vorher gesagt wurde, dann haben wir da auch jeden Fall einen Jungen, der das Geld, was wir für ihn bezahlt haben, die 500.000 scheinbar wert ist. Das muss man ja auch sagen. Das war, glaube ich, mit einer der ersten Transfers, für die wir wirklich mal wieder Geld in die Hand genommen haben. Und nicht so knapp. 500.000, eine halbe Million. Also es ist schon nicht wenig für, ich sage mal, jemanden, der das zweite Jahr erst wieder in der Bundesliga spielt und gefühlt von der Insolvenz stand. Und ich denke, zukünftig, oder ich hoffe auch zukünftig, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr Ballbesitzfußball spielen und nicht nur den, in Anführungszeichen, Schusterfußball hinten drin und mal gucken, was vorne Terence Boyd macht, spielen, sondern wirklich wieder versuchen Fußball mehr offensiv, auch ein bisschen attraktiver, weil natürlich war das nicht immer so attraktiv. Aber ich denke, da haben wir mit den zwei auf jeden Fall in Kombination noch mit Puchac und Elwedi, die in der Defensive noch ein bisschen mehr Variabilität und auch, ich würde sagen, Stärke mitbringen. Gerade Puchac, polnischer Nationalspieler, hat letztes Jahr auch international gespielt. Also ich glaube, da haben wir vier Jungs, Stand jetzt, kann ja noch alles passieren. Verpflichtet, die uns da auf jeden Fall qualitativ und auch in der Breite noch mal ein bisschen besser aufstellen lassen. Also generell in Timo Puchac, wir hatten keinen anderen Linksverteidiger außer Zucki. Also der war ja wirklich, wirklich wichtig, dass wir da jemand holen. Und die Tatsache, dass er defensiv seine Schwächen hat und offensiv eher seine Stärken, das zeigt ja eigentlich auch entweder, dass wir viel Dreierkette spielen mit offensiven Außenverteidigern. Oder, dass wir halt einfach selbst in der Viererkette dann sagen, okay, wir wollen lieber ein bisschen mit Zug zum Tor jemand haben, der halt dann dafür defensiv nicht das Gelbe vom Ei ist. Das ist ja auch ein klares Zeichen. Du hättest ja auch einfach einen 0 auf 15 Linksverteidiger holen können, der nicht nach vorne geht, sondern nur verteidigt. Aber in Puchac, in Tobias Raschl, der, ich glaube, über sich selbst sagt, dass er entweder den offensiven Sechser gerne spielt oder ein Achter ist. Also auch immer mit viel Zug zum Tor. So von Statistiken her, was ich jetzt mal gesehen habe, auch ein Box-to-Box-Spieler. Also überall unterwegs, viel Drang und Zug zum Tor. Das ist ja auch wirklich eigentlich komplett das Gegenteil von dem, was man erwarten könnte, wenn man denkt, dass Konterfußball und Schusterball gespielt wird. Weil dann hätte es einen Sechser geholt wie Niehus, was ja, glaube ich, trotzdem noch gesucht wird, so als Alternative zu ihm. Oder auch jetzt ein Richmond-Hatch, der wurde sich ja auch beschwert, ja, was ist, wenn Beuth ausfällt? Da ist ja komplett unterschiedliche Spieler. Dann denke ich mir, gut, wenn wir einen 1-zu-1 Beuthersatz geholt hätten, auch groß und Kopfballstark, dann hieß es wieder, okay, dann spielen wir nur hoch und weit. Jetzt holst du jemanden, der dich viel unberechenbarer macht, wo du sagst, okay, irgendwann gegen Hamburg oder so, wie wir merken, die haben große Innenverteidiger, was weiß ich, da kommt Beuth nicht durch. Dann stellen wir einen Tetschi auf, der extrem wendig ist, extrem viel läuft, in die Tiefe geht. Und du bist viel unberechenbarer. Eigentlich das, was ja alle gewollt haben. Und es wird gesagt, ja, was willst du mit dem? Das ist ja komplett anderer Spielertyp. Und da hat er nichts getroffen, wo ich mir denke, wir spulen mal zurück. Das 3-zu-1 von Dortmund 2 auf dem Betze, da haben er und Draschel uns ganz schön auseinander geschraubt da oben. Deswegen, also klar war das jetzt alles nicht so, seine letzte Saison jetzt bei Paderborn, 17 Spiele, irgendwie nur Kurzeinsätze und kein Scorer. Auf den ersten Blick klingt das halt echt nicht gut, ja. Aber ich glaube, keiner von uns hat den wirklich gespielen sehen. Und war das Thomas Hengen, der gesagt hat, dass die den schon seit... seiner Zeit bei Wolfsburg auf dem Zettel haben. Also schon sehr, sehr lange. Okay. Und ich bin echt mal gespannt auf den. Also ich mach mir da kein Bild. Ich geh jetzt auch nicht hin, verurteile die jetzt irgendwie, weil der jetzt eine schlechte Saison bei Paderborn gespielt hat. Ich warte, bis der gespielt hat und mach mir dann ein eigenes Bild. Weil zum Schluss macht er gegen Pauli zwei Tore und dann ist wieder, ja, Don Hengen und er hat wieder gekocht und so schnell geht's halt. Jetzt wird wieder vorverurteilt, er ist ja so schlecht. Abwarten. Ja, ich glaube, das ist bei Stürmern halt, wenn du keinen Stürmer holst, der im Gefühl 15 Tore oder sowas geschossen hat, ist das halt immer so, wie soll der uns weiterhelfen? Aber dass halt Stürmer, klar ist es auch irgendwo deren Hauptaufgabe, Tore zu schießen, aber dass sie auch stellenweise Lücken reißen, dass sie das Spiel auch für andere offensive Spieler einfacher machen, weil sie eben Räume schaffen. Das sehen halt oft Leute nicht, weil Stürmer, die keine Tore schießen, sind schlechte Stürmer. Egal, was die andersweitigen machen auf dem Platz. Und klar ist Terence Boyd halt einfach mit viel Sympathie gesegnet in dem Verein, obwohl er jetzt, sage ich mal, nur zwei Saisons oder zweieinhalb Saisons da ist jetzt. Daran zu kommen, so ist halt ein bisschen schwierig. Und deswegen ist natürlich jetzt als neuer Stürmer zu kommen und dann haben die Leute Angst, ah, was wird mit Terence Boyd? Und ist ja nicht der gleiche wie Terence Boyd, der genau ist auch nicht mehr so jung und ach Gott, ach Gott und halleluja. Da würde ich einfach ein bisschen vorsichtig sein, weil wer sagt, dass der überhaupt Terence Boyd ersetzen soll? Man hat ja auch gesagt, man möchte Variabilität in der Aufstellung, vielleicht spielt man dann einfach mal mit zwei Stürmern, auch möglich. Vielleicht spielt man auch mal mit drei und man setzt Tetschi irgendwie auf die Außen, weil er hat ja eine gewisse Geschwindigkeit. Und zu dem Punkt nochmal bei Paderborn, also wenn man sich einfach nur anguckt, was Paderborn letztes Jahr an der Offensive hatte. Marvin Pieringer wechselt jetzt scheinbar nach Heidenheim. So, da hast du noch Felix Platte war da, glaube ich, dabei. Srebeni war noch dabei. Srebeni, genau. Also das ist halt auch schwierig, wenn du nur einen gewissen Fußball spielst und dann ist halt auch immer, mag dich der Trainer, mag dich der Trainer nicht, das ist ja auch immer noch so eine Sache. So, bei Dortmund zwei hat er mir auch überragend gefallen, muss man einfach sagen. So, die hatten damals schon eine relativ gute Truppe, so. Aber um da jetzt zu sagen, Gott im Himmel, was will man mit dem? Das gleiche hätten wir auch bei Jan Elwedi sagen können. So, der ist abgestiegen mit Regensburg 2. Meines Erachtens ist die Abwehr, wenn man absteigt, eins der ersten Sachen, die eigentlich nicht gut sein können, weil wenn du 0-0 spielst, hast du trotzdem einen Punkt. Aber gut, ich meine, er alleine war ja auch nicht die Abwehr. Und Tetschi schießt auch nicht alleine die Tore. Er braucht auch ein anderes Spiel. Und wenn er nicht spielt oder wenig Bälle in den Spielen bekommt, wo er spielt, wo soll er sich da irgendwo ein Tor schießen? Also alleine durch Elfmann zu rennen? Geht? Schwierig. Ja, und gerade, weil du gesagt hast, so Raschl und Tetschi bei Dortmund zwei, da waren die ja, glaube ich, beide Stammspieler. Und Raschl war ja auch bei den Junioren Kapitänen in Dortmund. Und Dortmund zwei ist ja, die legen ja Wert auf guten Fußball, auf Ballbesitz, auf gutes Passspiel. Und wenn du da Stammspieler bist in der dritten Liga, dann hat das ja schon irgendwie was zu bedeuten. Da musst du ja irgendwie Fußball spielen können. Und da bin ich auch mal gespannt. Also, klar, die haben jetzt gegen die Fan-Auswahl, haben die jetzt seit irgendwie 14-1 gewonnen. Da hat er drei Tore geschossen. Beim öffentlichen Training war nur Raschl dabei als Reizugang. Ob das so ein Maßstab ist, gegen eine Fan-Auswahl zu spielen. Ich muss sagen, Facebook ist echt unerträglich. Das hätte ich nie gedacht, dass es zehnmal schlimmer ist als Twitter. Ja, das ist ja kein Maßstab. Und da denke ich mir, hat ja auch erstens keiner gesagt, dass das jetzt irgendwie ein Maßstab ist, wo wir jetzt in der kommenden Saison landen. Ob wir jetzt gegen die Fan-Auswahl irgendwie nur 3-0 gewinnen oder so. Aber wir, die hätten verloren gegen die Fan-Auswahl. Dann abgestiegen. Du kommst noch verlieren bei dem Spiel, naja. Also, ich glaube, Norwich wird schon, kommt halt auch auf die Aufstellung an. Aber die sind jetzt nochmal im Trainingslager in Homburg, irgendwie Kurz-Trainingslager. Und dann kommt ja das Testspiel gegen Norwich. Ich glaube, da kannst du schon viel ablesen, in welche Richtung es geht. Weil, gut, ich glaube, da willst du dich wirklich gut verkaufen vor Zuschauern, gegen englischen Zweitligisten. Ist ja eigentlich auch Stadionfest, ne? An dem Tag gegen Norwich. Ja, ich glaube, ist es ein Stadionfest und offensichtlich? Oder ist es so, so, ja, was Halbes und nichts Ganzes? Es ist ja mit Trikotvorstellung und so zwei, drei Bündchen, glaube ich. Weiß nicht, auch Rote Krampstunde und sowas? Ja, ja, danach, glaube ich, nach dem Spiel. Ja, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall, wir sagen mal, ein Stadion-Event, nennen wir es einfach mal. Ja, genau. Aber siehst du auch wieder, entweder, weil halt das Geld vorher gefehlt hat, kann ich mir vorstellen, oder die Zeit oder die Mitarbeiter, das zu planen, die Möglichkeiten. Aber jetzt holst du das auch wieder nach. Also, es passiert wirklich jetzt schon wieder viel, viel rund um den FCK. Auf jeden Fall, definitiv. Ich glaube auch, dass es ein guter Härtetest wird, allein, weil die auch vorher gegen Darmstadt, glaube ich, testen. Vorher oder nachher. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall testen die in der deutschen Reise auch gegen Darmstadt. Das habe ich gelesen auf Facebook. Und ich denke, da hast du auf jeden Fall dann einen Härtetest, weil auch zweite Liga, englisch, ne? Englische zweite Liga könnte man besser einschätzen als die deutsche, ne? Allein, weil viel mehr Geld im Umfluss ist, im Umlauf. Und da denke ich auch, das ist so ein, da kannst du mal gucken. Klar, je nachdem, wie du sagst, wie sie spielen. Aber ich denke trotzdem, jeder, der in dem Kader sein sollte, sollte da irgendwie Leistung bringen können. Weil, ich sag mal, du hast jetzt, wenn wir jetzt bei den Transfers für einen Geggast, Angel Oster-Friedes hast du noch ausgelegt. Kader, also wir hatten nur noch Zucki als Linksverteidiger. Jetzt haben wir ja aktuell wieder Neil Gibbs dabei. Was aus dem wird, ob der auch bleibt oder ob der nochmal verliehen wird, was man da macht. Aaron Bassanach war ja noch so ein Name, der mir einfallen würde. Oder auch verschiedene Jugendspieler, die ja jetzt mit im Trainingslager waren und da eine gute Rolle gespielt haben, was da mit passiert. Also ich denke trotzdem, jeder, der da spielt, möchte ja auch irgendwo zu dem Kader gehören oder möchte sich zeigen. Sprich, da sollte jeder eigentlich messbar gemacht werden sollen irgendwie. Und ich denke, danach kann man dann sich auch nochmal hinsetzen und sagen, okay, Stand X haben wir jetzt. Wo sind vielleicht noch Baustellen, die man sieht? Man sagt ja auch immer wieder, gerade die Bundesligisten gehen ja jetzt erst, glaube ich, so langsam wieder alle so in die Vorbereitung. Da war ja noch keiner im Trainingslager. Die starten ja auch erst irgendwie Mitte August oder sowas. Das ist sogar relativ spät, weil die zweite Liga startet ja schon in zwei Wochen am Wochenende. Deswegen, da haben sie ja auch gesagt, da gucken sie nochmal, wer aussortiert wird, wer kommt denn da nochmal auf den Markt. Also der eine oder andere wird bestimmt nochmal kommen. Thomas Heng hat es ja auch gesagt, bis 1.9.18 Uhr, wissen wir ja alle, hat er ganz oft wiederholt. Und ich glaube, da kann man sich wirklich, können wir es nächste Woche dann nochmal zusammensetzen nach dem Spiel, nach dem Stadion-Event und sagen, okay, das ist jetzt aktuell Stand. Gutes Gefühl, schlechtes Gefühl, weiterkommen. Ja, wie du sagst, also es ist jetzt seit dem Hängen da. Es ist ja immer dieselbe Laie und trotzdem wird es nicht beschwert. Ja, Teji und Puchac und Elwedi und die ganzen, die sind ja bis jetzt keine richtige Verstärkung. Das sind ja nur 1 zu 1, der 1 zu 1 Ersatz für Leute, die gegangen sind oder die nicht da waren. Und da denke ich mir auch, es ist doch, es wird doch hundertmal gesagt, im Monat, in der Woche, in jedem Interview, die Bundesligisten, die gute Spieler abwerfen, die brauchen noch Zeit, bis die aussortieren, weil die einfach später anfangen mit der Vorbereitung, wie du gesagt hast, mit allem. Das dauert und du kannst es nicht beschleunigen. Ja, es braucht einfach. Und dann wird sich halt auch beschwert teilweise, ja, die anderen Zweitligisten kaufen schon sechs, sieben Spiele und wir haben erst drei. Und ich denke, ja, wir warten vielleicht noch auf, dass wir keine Schnellschüsse holen, dass wir nicht einfach jemanden holen, weil wir denken, wir brauchen jetzt jemanden, sondern dass wir jemanden holen, der reinpasst. Und wenn wir dann jetzt schon vier Spieler geholt haben, ah ja, wo sind die großen Namen und es sind ja jetzt schon zu viel, da ist ja kein Geld mehr übrig. Also es ist egal, wie du das machst, machst es verkehrt. Und so ein Tomiak war, als er herkam, keinem im Begriff, was willst du mit dem von der zweiten Mannschaft von Düsseldorf in Niehus, was willst du mit dem von Gladbach 2 oder Preußen Münster, ich weiß es nicht, Gladbach 2, was willst du mit denen? Ja, die waren Stammspieler und die haben einen sehr großen Beitrag dazu gehabt, dass wir die Klasse souverän gehalten haben. Und Erik Dürn zum Beispiel, das kann sich hoffentlich ändern, aber der war letztes Jahr bei weit nicht das oder bei weit nicht da, wo ich ihn gesehen habe. Ich habe gedacht, der schlägt ein wie eine Bombe. Der war viel verletzt, der war viel außen vor und wenn er gespielt hat, dann war es so zwischen Himmel und Hölle teilweise. War auch keiner, wo du jetzt sagst, boah, der hat Premier League gespielt, der wurde mit Dortmund Meister. Ja, ganz hoch dekoriert. War keiner, wo du sagst, also wenn ich jetzt mit meiner Oma da so geguckt hätte und hätte einfach nur mit der geguckt und gesagt, wer hat der da so am besten gefallen. Ich glaube, da wäre nie der Name Erik Dürn gefallen und so. Deswegen, also klar ist es ein Spieler, der glaube ich auch mit der Erfahrung jungen Spielern weiterhelfen kann. Ja, auf jeden Fall, ja. Das muss man natürlich auch nicht vergessen, aber auf dem Platz zählt natürlich der Hauptfaktor und da war er jetzt kein Überflieger. Also, ne, weiß ich es nicht. Leider, also ich denke, er verdient auch ganz gut Geld, gehe ich mal, und der hat ja auch andere Ansprüche, der ist nicht hier gekommen, auf der Bank zu setzen. Aber, ja, also dann habe ich lieber jemanden, der ohne Namen kommt, wo ich mir denke, okay, mal abwarten und der dann durch die Decke geht, einfach durch gutes Gauding, durch Vertrauen, anstatt jetzt jemanden zu holen, der jetzt als Beispiel den Kevin-Prinz-Boateng, wo du weißt, oh, das ist, der hat ja schon alles gesehen und so und dann holst du irgendeinen so einen halbtoten Profi. Ja, absolut. Also, gerade in unserer finanziellen Situation, auch wenn wir jetzt die angesprochenen Investitionen getätigt haben, auch in Tobi Raschl für 500.000 geholt haben. Also, gerade Schnellschüsse sind da, glaube ich, immer noch fehl am Platz. Wir sind kein RB Leipzig oder FC Bayern, wo du mal einen für 50 oder 80 Millionen holen kannst, dann halt nur noch für 40 Millionen oder so weiterverkaufen kannst. Es wird uns wahrscheinlich wieder an den finanziellen Ruin bringen, wenn wir so, gut, die Summen eh nicht, aber wenn wir jetzt jemanden kaufen, der dann gefühlt nichts bringt und den wir dann irgendwie für ein Ablonei irgendwie ziehen lassen oder wieder ablösefrei dann geht so, da bin ich auf jeden Fall absolut auf deiner Seite und wie gesagt, du hast gesagt, Hengen hat es schon gesagt, die Spieler, die eventuell potenziell interessant sein können und auch noch eine größere Verstärkung, in Anführungszeichen, obwohl ich die Transfers bisher auch gut finde, die kommen halt erst auf den Markt so und die schauen sich ja den Markt auch an und ich denke mal auch jetzt schauen, die schon, wer könnte potenziell es nicht schaffen oder wer war die letzte Saison vielleicht schon ein bisschen außen vor, wer will vielleicht trotzdem sich nochmal im Trainingslager beweisen oder zeigen, wenn er danach immer noch gesagt bringt, hey, reicht nicht und sich dann vielleicht neu orientieren will, aber auch zu der Thematik nochmal, die Transfers bringen uns nicht weiter, ein Puchac hat einen Marktwert von 1,2 Millionen, wenn jetzt Depreville nicht mehr da ist, ist er der teuerste Spieler bei uns im Kader, natürlich ist er in Anführungszeichen nur ausgeliehen und scheinbar auch ohne Kaufoption, aber trotzdem 1,2 Millionen als Außenverteidiger gerade in der zweiten Liga, das ist nicht mal einfach so, man merkt halt, er hat internationale Erfahrung, polnischer Nationalspieler, Union Berlin, hat den eigentlich auch verpflichtet für internationales Geschäft, da merkst du halt schon, dass er eine gewisse Qualität hat, das war 8 Millionen, das ist es halt, 3 oder 4, aber das ist ja trotzdem eine Stange Geld, ich glaube der 10 teuerste Transfer bei denen in der Vereinskirche, da merkst du schon irgendwo, wo das lang geht und auch in Asch, wie gesagt, wenn der sich potenziell weiterentwickelt, wie er es halt vorausgesehen hat, das muss er halt natürlich abrufen, klar, dann ist auch der ein Top-Transfer und auch ein Tatschi ist ein geiler Transfer, wenn er eben das macht, wofür man ihn geholt hat, so Elwedi genauso, wenn das eine Krantin der Abwehr ist, kann er von mir jetzt auch aus der 18. Liga abgestiegen sein, wenn er uns Leistung bringt, dann ist mir egal, wo der herkommt, so, so musst du es einfach angehen und ich verstehe nicht immer dieses, ja, der kommt nur von da und, ach Gott, ach Gott, der hat man nie höher gespielt als der und jenes Jahr, mit jeder spielt, ja genau, nicht jeder fängt halt beim FC Bayern an, in der Champions League zu spielen, keine Ahnung, das ist halt nun mal so Fußball, dass man als, ich sag mal, finanziell nicht so rosig gebetteter Verein halt eher von unten nach oben kauft oder eben schaut, wer wird von den oberen Vereinen abgeworfen, dass man sich einen Stammspieler aus der ersten Liga kaufen kann, das ist ja wohl selbstverständlich, also, wenn man da nicht exorbitant mehr bietet als die ersten Liga-Vereine, dann wird keiner aus der ersten Liga als Stammspieler in die zweite Liga wechseln, außer es ist ein absoluter Herzensverein, aber man hat mir das passiert heutzutage noch gefühlt im Fußball, also, da muss man irgendwo immer die Kirsche im Dorf lassen, so man so schön sagt. Also, ich hab jetzt sehr oft gelesen, dass Ragnar Ache anscheinend irgendwie wirklich zu uns käme, weil jetzt, die haben jetzt auch Jesse und Gammkamm da von Hertha geholt, die Eintracht, und keine Ahnung, was da dran ist, aber der zum Beispiel hat jetzt bei Fürth, ich glaub, 13 Scorer oder so gehabt, ne, wie du sagst, wenn ein Tim Gleydienst 20 Tore schießt in der zweiten Liga, dann ist dem seine erste Anlaufstelle ganz bestimmt für einen wechselnette FCK, also, du musst, und wie sind wir denn damals in die erste Liga aufgestiegen, 2010, 2011 war das, glaub ich, mit Lackage, den haben wir von Hertha BSC geholt, der da aussortiert war, in Rodney, in Amelding, alles Leute, die irgendwo aussortiert waren, wo du aber einfach sehr gut gescoutet hast, du wusstest, okay, die wollen sich beweisen, die wollen sich durchsetzen, die wollen zeigen, dass sie Bundesliga spielen können, und da hattest du eine geile Truppe, und dann noch lieber so mit gutem Scouting die, ja, Unzufriedenen holen, oder auch 2013, 2014, in Bunyaku, der irgendwo aussortiert war, in Baumjohann ausgeliehen, diese ganzen aussortierten, die halt trotzdem irgendwie dann eine Qualität haben, aber dann günstig waren und nochmal Bock hatten, dann doch lieber so, anstatt irgendeinen Namen zu holen, guck dir doch mal die Hertha oder Schalke oder so an, wie viele Namen die geholt haben, wo du denkst, oh, jetzt holen die den und den, irgendeinen Nabil Bentaleb von Tottenham, was war am Ende, das war einfach nur ein Problemkind. 15 Mal aussortiert und wieder zurückgeholt worden von den 18 Trainern, die es gab. Also da habe ich halt gar keinen Bock drauf, dass wir sowas, und dann habe ich lieber den Tetschi, der von mir aus ein halbes Jahr braucht, bis der wirklich ankommt, aber zum Schluss zündet, oder einen Tobias Raschl, also einfach mal abwarten, wie du sagst, die Kirche im Dorf lassen, und die Jungs vor allem einfach mal live spielen sehen, und die brauchen auch Eingewöhnungszeit, das ist, was ja auch wirklich gut ist, dass wir mittlerweile den Kern von der Mannschaft haben, der sich wirklich schon Jahre kennt, so ein Ritter, in Zuck, in Kraus, in Hanslik, und da musst du dich halt auch fußballerisch ja wirklich erstmal einfinden, und das dauert natürlich auch, keiner kann erwarten, dass die nach zwei Wochen sagen, okay, ich bin jetzt hier angekommen, ich zerschieße die zweite Liga. Das braucht halt wirklich alles Zeit. Schön, aber ich denke, es wird auch nicht passieren. Ja, da bin ich absolut auf deiner Seite. Mit Ragnache bin ich auch mal gespannt, das kursiert ja wirklich schon sehr, sehr lange irgendwo, das gefühlt so Dominik Heinz 2.0, wo man halt aber auch sagen muss, was ich auch lustig fand, den, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, mit einem Tweet, dass wirklich jeder Transfer, der bisher getätigt wurde, null vorher im Internet rumkursiert ist, also keiner von denen. Ich habe diesen Tweet verfasst, weiß ich ja nicht. Warst du das wirklich? Warst du das? Perfekt. So, ne, also da hast du absolut recht, so, das ist zwar kein, kein, nicht mal ein Pieps Gefühl, so, ne, bis auf da, wo, wo der FCK Admin geschrieben hat, es raschelt so ein bisschen, oder es raschelt. Aber das ist ja wirklich Minuten vorher. Genau, und das, so, Ragnache ist wirklich ein Ding, ich habe auch schon 50 Mal gelesen, führt der Aude, wurde in Laudern gesichtet und es steht immer noch über Nacht, um was ich denn alles gelesen habe und mir ist alles so Sachen, das ist genauso wie, wie Florian Flicks, der Wunschspieler und Selonien ist, ist jetzt auch zu Nürnberg gegangen, scheinbar nicht zu uns, also da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil gerade wirklich, also das ist eine Faszination für mich, so bei vielen Vereinen merkst du wirklich, das geht über Wochen und Monate und dann wird der auch geholt, aber bei uns ist, du hörst wirklich gar nichts, gar nichts. Wenn da nicht irgendwie mal gepostet wird, der Spieler befindet sich gerade zu Gesprächen auf dem Bett oder sowas, da hörst du gar nichts, so und deswegen bin ich bei Ragnache jetzt, also klar, es wäre geil, weil er ein geiler Stürmer ist, so, aber da bin ich echt vorsichtig und lasse mich da jetzt auch nicht zu viel halten, weil, ne? Ja, zum Schluss kommt er das. Hol mir dann Cristiano Ronaldo, weil er nicht so in den Medien war, ne, aber ich denke, man wird bestimmt noch den einen oder anderen Spieler holen, so, gerade wo wir jetzt halt auch gesagt haben, ob es Ragnache wird, bin ich mal gespannt, aber natürlich ist es ein guter Punkt, wo du sagst, mit Jessica Gangkamp, der jetzt natürlich von Hertha weggeht und zu Frankfurt scheinbar wechselt, ne, einfacher wird die Situation dafür auch nicht, ne, das ist ein großes Jugendtalent, auch in der U21, sehr, sehr gut geschätzt mit Jessica Gangkamp, schwierig, also ich würde es mir wünschen, klar, auf jeden Fall, aber ich sehe es aktuell noch ein bisschen schwierig, weil er natürlich auch nicht nur wahrscheinlich zwei Kröten verdienen will für uns. Ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen, der aus Fürth kommt und Fürth-Fan ist und der hat gesagt, der Raschl hat ihm zum Beispiel in der ersten Liga, hat ihm extrem gut gefallen letztes Jahr, so ein bisschen ohne Erwartungen und von einem Raschl, äh, von einem Ragnar Ache war er extrem begeistert, den fand er extrem gut, also ich würde ihn schon begrüßen, jetzt so rein, ich habe keine Ahnung, ich habe den nur ein, zwei Tore von dem gesehen, irgendwie in der Zusammenfassung, aber wirklich spielen habe ich den jetzt noch nicht, außer mal jetzt gegen FCK, aber da habe ich ihn jetzt auch nicht aktiv beobachtet, deswegen, also ich bin generell froh über jeden, der herkommt und zum Beispiel auch jetzt, dass ein Staffriedes verliehen wird, da wurde ja auch wieder ein Fass aufgemacht, ja, das ist ja ein klares Zeichen gegen Talente, ne, also da hat die Oberliga zerschossen, ja, aber da liegen halt noch mal drei liegen dazwischen und nur, weil da die Oberliga zerschießt, wie, wie viel Talente gab es, ja, hundert Talente, irgendwelche, Sinan Kurz und sowas von Gladbach, die die Jugend zerschießen und die Regionalliga und sowas und dann kommen sie in den Profibereich und sind innerhalb von zwei Jahren weg vom Radar, deswegen dann, also, oder wie du sagst, in Nil gibt es noch unter Antwerpen der dritten Liga, das ist ein Linksverteidiger-Talent, ich will dir nur zu nahe treten, der trainiert jetzt immer noch, glaube ich, noch in der ersten Mannschaft mit, aber bei Astoria Waldorf hat er, glaube ich, zehn Spiele gemacht oder so in der Regionalliga oder Oberliga, also, und wenn es bei einem Staffriedes auch so ist, dass der ankommt und nur zehn Spiele macht, weil Homburg sieht oder meint, die Qualität reicht nicht, dann sind wir da auch wieder schlauer und wenn der da jetzt in der Regio Stammspieler ist und die Regionalliga zerschießt, dann sind wir einen Schritt weiter zu sagen, okay, der ist wirklich eine Option für uns, also, wir haben den nicht verkauft, wir haben den nicht verscherbelt, wir haben den einfach verliehen, damit er Spielpraxis sammelt, weil die zweite Mannschaft von uns immer noch in der Oberliga spielt und der Spagat zwischen Oberliga und Zweiter Liga, der ist ja exorbitant, schon allein der Spagat zwischen Zweiter und Erster Liga und der Kerl ist 20, 21, mein Gott, der hat noch alles vor sich, lass den noch ein, zwei Jahre irgendwie nochmal Fuß fassen im Profifußball und der hat ja auch im größten Teils, wenn nicht sogar die ganze Saison, das weiß ich nicht, bei der Mannschaft, bei der ersten Mannschaft mit trainiert und da profitiert er ja auch schon extrem, das Niveau ist so hoch, die Bedingungen sind komplett anders, also, aber es ist glaube ich auch wieder, es haben ja auch jede Folge, dieses, es ist so ein Betze-Ding, dieses erstmal draufhauen, erstmal pessimistisch sein und was wird es mit einem Tetschi und jetzt wird er verliehen und dann denke ich, wir machen doch mal langsam, also ich bin da wirklich, seit dem Aufstieg bin ich da richtig geerdet und denke mir, okay, ich gucke mir jetzt erstmal alles an und ich warte ab, auch jetzt zum Beispiel Lobiger und dann Zulinski, die zerrissen werden und die können nichts und die waren so schlecht und Zulinski war ein halbes Jahr verletzt, Lobinger hat seinen Vater verloren, was weiß ich und auch sein erstes Profijahr, ey, gebt ihr nochmal eine Chance. Wenn die jetzt halt wieder schlecht starten und der Zulinski im ersten Spiel gegen Pauli nach in der 80. Minute wieder übers leere Tor schießt, dann können wir nochmal drüber reden, ja, aber zum Schluss startet der Lobinger durch und der Zulinski spielt eine Bombe, keiner weiß es, der Zulinski hat gegen Hannover, bis er sich verletzt, hat ein bärenstarkes Spiel gemacht, also gebt den Jungs mal eine Chance oder noch eine Chance von mir aus, das ist immer so, nach einem halben Jahr oder nach zehn Spielen ein Urteil zu fällen, die können ja nichts, die sind scheiße und jagt sie vom Berg, das ist halt so ein Quatsch und das wirklich, im nächsten Moment schießen die Siegtor irgendwann auf Schalke und dann lieben sie alle wieder Zulinski und Lobinger, es ist so dämlich. Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist die Hop- oder Top-Thematik, die wir jetzt wirklich gefühlt jede Folge irgendwie angesprochen haben. Nochmal zu der Stafridis-Thematik, ich denke mal, das ist kein Zeichen gegen Talente, sondern eher für, weil du hättest ihnen ja auch einfach sagen können, ja gut, dann hockst du halt wieder achtmal auf der Bank, kommst vielleicht im letzten Spiel mal wieder vier Minuten rein, so in der Saison, Hauptsache du bist in der ersten Mannschaft dabei, super, ob das dem jetzt was bringt, klar, Training bringt immer was, aber wie du sagst, der Spalt zwischen Oberliga und Zweiter, allein schon Dritter Liga ist extrem groß, weil du einfach in der Oberliga gefühlt kaum Mannschaften hast, die eben unter Profibedingungen trainieren. So, die trainieren einmal am Abend vielleicht. Da haben wir die Hälfte auch noch nebenbei, die kriegen ja auch kaum Gehalt, also ja. Also kaum vielleicht, ja, die kriegen schon ein bisschen was. So, ich kenne jemanden, der jetzt in die Oberliga gewechselt hat, das ist schon nicht verkehrt, was du da verdienst. Klar, du kannst wahrscheinlich nicht davon leben, wenn du das Vollzeit machen würdest, wenn du irgendwie Schüler, Student oder sonst was bist, dann ist das wahrscheinlich ein guter Nebenverdienst, so. Ja, aber du kannst davon niemanden ernähren, du kannst dich wahrscheinlich davon ernähren. Aber du leistest ihn einfach in die Regionalliga aus, um ihm eben diese Spielpraxis zu geben, damit er sich entwickeln kann. So, bei uns ist die Thematik Bank, eventuell vielleicht gar nicht im Kader, spricht dann Oberliga, obwohl man jetzt scheinbar auch mit der Oberliga aufsteigen will, aber in der Oberliga aktuell kannst du nichts messen. Du kannst nicht sagen, der ist ein Ding für die zweite Liga, weil Oberliga und zweite Liga, da ist, das ist nicht mal wirklich Profi, also das ist kein Profifußball, das ist Amateurfußball und dann sollst du gefühlt ein Wochenende später im Profifußball, in der zweiten höchsten Spielklasse Deutschlands spielen. Ja, am besten von Anfang an, weil der Rest ist ja so schlecht. Also, das ist eine Sache, das macht hinten und vorne keinen Sinn, deswegen leite ihn aus. Klar, wäre natürlich die dritte Liga nochmal besser gewesen, weil auch in der Regionalliga ist noch nicht alles immer so hundertprozentig Profifußball. Aber einfach mal schauen, wie es läuft, klar, Neil Gibbs war jetzt ein bisschen doof, deswegen habe ich auch eben nochmal gesagt, ich weiß ja nicht, wie weit er da jetzt noch mit involviert ist oder was mit ihm diese Saison noch passiert, aber da jetzt draufzuhören oder so sagen, man ist gegen Talente, das macht ja gar keinen Sinn, sonst hätte man erstens nicht so viele jüngere Spieler mit ins Trainingslager mitgenommen. Das war ja auch nochmal so ein Ding, da hat man ja auch U19-Spieler mitgenommen und ich denke auch, gerade in der letzten Saison war halt auch wirklich so die Erfahrung, du hattest eigentlich Abstiegskampf, das war die Thematik, wolltest einfach nur den Klassenerhalt schaffen, dass du halt jetzt so schnell und so früh alles geschafft hast, war nochmal ein Pluspunkt, aber ich denke, es wird ihm weiterhelfen, auf jeden Fall auch zu sehen, wo er vielleicht ist, weil gut, er war jetzt vier oder fünf Minuten in der zweiten Liga am Ball und sonst halt nur in der Oberliga irgendwie, was bin ich überhaupt, wo stehe ich aktuell, was macht mir auch persönlich Spaß und Sinn, wo ich spiele und ich denke, da auch mit der ganzen Lobinger, Zulinski, Zimmer und wie sind das alle heißen, Thematik, das ist natürlich immer einfach, weil man gerade im Internet oder so oder wenn man auf dem Rang sitzt, was zu kreischen, das geht mal schnell, aber zu wissen, dass die Leute nicht nur 90 Minuten auf dem Blatt stehen, wenn wir die im Fernsehen oder im Stadion sehen, sondern die auch atmen, trinken, aufs Klo gehen, duschen mit ihrer Familie, was machen mit Freunden oder so, wie wir normalen Menschen, nur weil sie in Anführungszeichen eben Fußballprofis sind und vielleicht ein bisschen privilegierter sind, aber es sind trotzdem Menschen, die haben genauso Schmerzen, wenn man sie tritt, die trinken genauso Wasser, Bier oder sonst was am Wochenende vielleicht mal. Das muss man halt auch sehen, dass die halt auch mal einen schlechten Tag haben passiert, wie du sagst, also ich glaube, wenn ich meinen Vater jetzt verlieren würde nach jahrelanger Krebskrankheit, ich weiß nicht, wie schnell ich überhaupt wieder Sport oder also Fußball spielen würde, so und zu Linsky, wie du sagst, halbes Jahr verletzt, das sind alles Fakten, die denken so, die sind auf dem Platz und zack, da muss wieder alles funktionieren, wie in der besten Zeit. Und das muss man halt einfach realisieren, dass das halt einfach Menschen sind und keine Maschinen. Ja, und wenn es zum Schluss dann ein Missverständnis ist und mir nach jetzt am Sonne sagen, okay, die zwei Jahre waren gar nichts, ey, kein Problem, aber nach einem Jahr, nach einem halben Jahr jetzt zu sagen, die können nichts. Und außerdem zum Thema auch nur mit Stafridis, ein Lobinger kam aus der Regionalliga. Oder wie das gesagt, er kann nicht kicken, der kann gar nichts und Regionalligaspieler kann er auch wieder hin, aber in Stafridis soll als Oberligaspieler jetzt irgendwie eine feste Größe in der Zwischenliga sein. Also wo ich mir denke, das macht doch keinen Sinn. Lobinger wird zerrissen, weil er ein Regionalligaspieler ist und nichts kann, aber in Stafridis soll als Oberligaspieler jetzt irgendwie eine wichtige Rolle spielen, die Liga zerschießen. Also das macht ja alles vorne und hinten keinen Sinn. Ne, macht's nicht. Ah, naja. Ich wollte gerade sagen, da können wir stundenlang ein Thema nicht sehen. Sollen wir als letzten Punkt noch kurz auf den Spielplan eingehen? Ja, können wir gerne machen, weil man muss sogar noch aufmachen. Also am 29. ist das erste Spiel, das Heimspiel gegen Pauli. Da wurde ja auch bei Twitter gemunkelt, ja, wir kriegen das Auftaktspiel zu Hause gegen Schalke, ja, Pustekuchen. Bin ich auch nicht traurig drum, aber ich glaube, Pauli, Schalke, Elversberg, Paderborn, Nürnberg sind, glaube ich, dann der KSC am sechsten Spieltag. Also ich finde das Startprogramm schon brutal. So auf dem Papier, Pauli hat jetzt mit Hürzeler 17 Spiele, 13 Siege. Schalke hat einen guten Trainer, leider mittlerweile, und auch ein gutes Team. Elversberg, je nachdem, wie die in die Saison starten, kommen vielleicht noch mit der Euphorie und noch so ein bisschen als Underdog. Dann hast du Nürnberg und Paderborn, absolute Wundertüten, kann ich null einschätzen. Und dann hast du halt direkt ein Derby am sechsten Spieltag. Also ich finde es hart, aber gut. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch öfter schon gelesen oder mit Leuten mich unterhalten, wo du sagst, am dritten Spieler geht es vielleicht schon so ein bisschen um den Abstiegskrimi, wo ich sage, hey, ich würde sagen, warte erst mal ab. Du hast dann zwischendrin noch den DFB-Pokal gegen Koblenz zwischen dem zweiten, dritten Spiel. Klar, also Paderborn letztes Jahr gut stellenweise, stellenweise dann aber auch zwei, drei Spiele wieder, wo du denkst, haben die jetzt die Zwillingsbrüder geschickt. Nürnberg letztes Jahr also komplett wahrscheinlich unter den Erwartungen. Da hat ja scheinbar gar nichts gestimmt. Was du dann am sechsten Spieltag schon ein Derby hast, ist natürlich, das kann Fluch oder Segen sein, je nachdem, wie du halt in die Saison kommst. Und dann halt zwei Spiele mit Rostock und Osnabrück, wo du sagst, da solltest du eigentlich schon was holen. Osnabrück Aufsteiger, Hansa Rostock letztes Jahr auch nur oder haben sogar gegen uns den Klassenerhalt gefeiert. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auch relativ spät erst den Klassenerhalt sicher gemacht. Also das Thema ist natürlich, also du hast in der Liga gefühlt auch vielleicht bis auf Elversberg, Osnabrück und vielleicht Wien, Wiesbaden eigentlich kaum leichte Spiele. Also wenn ich mir da angucke, was da wirklich rumrennt und wie die sich auch am Ende halt gefangen haben, wo ich sage, okay, da ist alle, die drin geblieben sind, haben am Ende halt echt eine gute Saison nochmal gespielt und dass da halt so Brocken wie Hertha runter kommen, weiß ich auch nicht, ob das so gut ist. Schalke halt gefühlt noch schlimmer als Hertha, aber Hertha ist ja gefühlt immer noch Chaos pur in dem Verein. Aber auch so, also der Spielplan, da gibt es gefühlt keine zwei Wochen, wo du jetzt mal sagst, oh ja gut, klar, wie es sich entwickelt im Endeffekt, weiß man nicht, ob Braunschweig vielleicht wieder ein bisschen unten drin landet oder so. Ich weiß natürlich auch nicht, sind wir überhaupt dieses Jahr konkurrenzfähig? Da muss man alles schauen. So, obwohl ich es da schon mal hoch angreife, ich glaube, da so weit unten sollten wir uns nicht wiederfinden. Aber ich glaube, höher als dieses Jahr wird extremst schwierig, wenn ich mir angucke, was die Mannschaften sind und wie die auch stellenweise eingekauft haben. Also das ist schon nicht ohne. Ja, aber du musst halt einfach, wie bei den Spielen, wie bei allem, einfach abwarten. Du kannst gegen Pauli, wir holen noch zwei, drei Spieler, dann gewinnst du gegen Pauli 3-0 und dann steigen wir wieder auf. So schnell geht's, ne? Du kannst auch schlecht starten, gegen Pauli irgendwie 3-0. Also, du musst da abwarten, wie du in die Saison kommst. Aber ich finde es halt auf dem Papier ganz, ganz, von den Namen her schon schwierig und viele Wundertüten. Elversberg finde ich viel zu früh. Aber es kann auch sein, dass die, keine Ahnung, dann perfekt zum Zeitpunkt kommen, weil die ersten beiden Spiele 3-0 verlieren und dann kommen die perfekt zu uns. Weißt du halt alles nicht. Aber Elversberg ist ein Heimspiel dann, gell? Ja, Elversberg ist ein Heimspiel, ja. Ja, gut, okay. Also, in der Liga spiele ich Heim ausschätzen. Die kann ich wirklich null einschätzen, ne? Weil die haben ja auch mit Marcel Correa und die haben viele Ex-Lau dran, eigentlich so viele, ich finde, eine richtige Rumpel-Truppe. So alt die Spiele eigentlich, ja, ja. Es sind auch, gefühlt in der Regionalliga-Zeit auch viele vom Waldhof dahin gewechselt. So, wo du sagst, okay, ne, die haben ihren Zenit vielleicht übersprungen, übertroffen und jetzt sind die zwei ja nacheinander aufgestiegen und stehen auf einer meiner Toten Liga. Das sind halt auch so, es ist so eine Truppe so, wenn ich mir das Stadion angucke, also gefühlt gehören die noch in die Regionalliga. Wenn ich mir das Stadion angucke. Was habe ich heute auf LinkedIn, glaube ich, gelesen mit Deutschland oder der weltweit längsten Theke oder sowas haben die jetzt im Stadion mit 65 oder 66 Metern. Sogar länger als im Tottenham-Stadion. Wenn ich mir das angucke, so, also gefühlt strukturell, wirklich gefühlt noch ein Regionalligist. Die sind halt wirklich auch so schnell aufgestiegen, dass sie gefühlt kaum hinterher kommen. Ich folge denen so ein bisschen auf LinkedIn, weil ich das ganz spannend finde da. Und gefühlt jeden Tag ist da eine neue Stellenanzeige oder hier oder da oder so oder jenes. Also das ist schon cool. Wie du sagst, ich glaube, die könnten wirklich Fluch oder Segen werden. Aber genauso wie der KSC am sechsten Spieltag. Aber gefühlt weißt du, glaube ich, erst wirklich so mit dem Spiel gegen den KSC, wo du stehst und wo du halt auch die anderen Mannschaften so ein bisschen einordnest. Weil ich glaube, die ersten drei Spieltage, das ist eine reine Finderei. Also gerade auch, was du von den Absteigern erwarten kannst. Gerade auch, was du von den Aufsteigern erwarten kannst. Du weißt selbst nicht mal, wie du spielen wirst mit dem Spielermaterial, was du hast. Als Fan, ich denke mal, Dirk Schuster und Konsorten haben sich da bestimmt schon hoffentlich einen Gedankengang damit beschäftigt, wie sie aufstellen wollen oder wie sie spielen wollen. Aber ich denke, wir spielen da eine gute Rolle mit in der Liga. Und vielleicht haben wir wieder das eine oder andere Heidenheim auf dem Bett oder auch Hamburg auf dem Bett, wo man echt wie der Gänsehaut nicht erlebt oder so. Wo ich mir denke, geil, dafür gehe ich da hoch, dafür liebe ich den Verein. Nehmen wir das als Schlusswort? Können wir als Schlusswort nehmen. Können wir gerne nehmen. Sehr gerne. Nehmen wir als Schlusswort. Ne, dann sehr cool. War wieder eine coole Folge. Jetzt wieder ich auch mal nach einer ein bisschen längeren Zeit, wo man aber sagen muss, weil jetzt nicht so viel passiert ist. Cool, dass wir wieder zusammen was geschafft haben. Und wie immer darfst du deine göttliche Abmoderation machen. Die ist schon eingerostet. Also vielen Dank fürs Zuhören auf allen Plattformen und auch fürs Zuschauen auf YouTube. Und dann hoffentlich wieder zeitnah am besten nächste Woche. Genau, machen wir so. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.